ja herzlich willkommen hier zu euro truck simulator 2 auf meinem knall wir sind auf der fahrt nach leipzig hier mit dem radlader unterwegs ich muss gucken wo ich hinfahre ich habe alle schöne rapsfelder wir haben jetzt noch knapp 50 kilometer vor uns und verdienen an der fracht knapp 13.000 fast 14.000 euro sogar das ist gutes geld was wir brauchen können auf jeden fall damit wir unseren eigenen lkw weiter verbessern können und die garagen verbessern können damit wir noch eventuell andere lkw und fahrer einstellen dafür brauchen aber relativ viel geld ich glaube die er garage ausbauen kostet 80.000 von daher das ist schon relativ viel aber wir müssen jetzt gleich hier runter einmal blinker setzen so gas runter definitiv so sehr schön es sieht relativ gut aus wir haben nur 20 kilometer jetzt können dann auch noch in die werkstatt fahren bis zum gucken ob noch fragezeichen haben man muss eigentlich ankommen spätestens ankunft am samstag um 0 uhr 4 bis dahin haben noch massig zeit falls noch mal in der innen ansicht ja klar überfahren einer roten ampel wenn ich hier schon stehe auf der kreuzung steht kriege ich über wegen überfahren einer roten ampel toll ordentlich logisch eigentlich aber egal war glaube ich nur 32 euro wir müssen jetzt hier rein ok da müssen wir auf jeden fall noch eine fahrt von hier aus direkt machen das auf jeden fall so viel willst du die ladung stehen haben werden wir auf jeden fall machen und wir müssen nach dort so einmal rückwärts da rückwärts da rückwärts da rückwärts da rückwärts da rückwärts so ich weiß nämlich nicht ob wir dahinten drängen können nämlich ziemlich eng aus deswegen einmal hier relativ gut schon mal hinstellen sie nur noch vorfahren dann sollte das jetzt eigentlich passen auch so einmal absatteln sehr schön wir haben damit sogar das nächste level erreicht level 6 sehr schön können eigentlich sonst nichts machen wir können aber hier mal sagen okay wir wollen mehr fernfahrten machen das würde ich als nächstes machen auch normal fernfahrten dass wir etwas weiter rum kurven können das wäre dann nämlich drei lieferung bis 850 kilometer plus 15 prozent höhere gefühlvergütung für lieferstrecken über 550 kilometer das werden wir anwenden dann wollen wir schauen was die für lieferungen haben da würde ich dann nehmen hier baggerlader ne hatten wir doch gerade erst so was ich würde hier nach magdeburg mal fahren magdeburg waren wir glaube ich auch noch nicht da würde ich das nämlich volksbalken nach magdeburg fahren da es dauert eigentlich lange 175 kilometer dann machen wir das oder oder ist noch etwas wenigeres nein das wäre dann das das würde ich dann machen also wir die baumstimme machen warum stehen wir nach von leipzig nach nürnberg leipzig nach magdeburg ich will nach magdeburg kommt war eigentlich so nicht geplant dass wir hier noch eine fracht machen diese aufnahme session aber gut wir sind jetzt ja wir sind wir haben noch einiges an zeit von daher gut wie ich mal nichts sagen und einfach machen machen wir noch eine fracht kein problem ab ab so dann transportieren wir jetzt mal holzbalken nach magdeburg 175 kilometer 175 kilometer so das sollten wir auf jeden fall hinkriegen kriegen nochmal knapp wie viel kriegen wir dafür 4.000 euro dann wären wir bei knapp bei 59.000 euro ich weiß jetzt nicht ob wir noch kredit rückzahlen müssen dann geht da natürlich noch wieder runter also so haben wir dann eigentlich gut nochmal geld gemacht die zeit auch genutzt und alles das ist also dann gar nicht mal so schlecht mehr geht mehr geht wir machen umso besser können wir mehr LKWs holen in zukunft ne also da werde ich noch eine folge aufnehmen ich bin auch zwischendurch immer am planen mit den folgen hätte jetzt bis 140 kilometer ungefähr fahren 140-120 kilometer ungefähr und wir dann die folge beenden und dann machen wir den rest der nächsten folge dann ist auch schicht im schacht mit der aufnahmesession hier mit dem eurotruck simulator da kommt nichts können wir direkt fahren sehr schön haben die das ja alles geholzt da sind die auch am machen und am tun wahnsinn die ganze schöne waldweg hier die ganze schöne waldweg wahnsinn ein bisschen zu schnell unterwegs da müssen wir mal runter vom gas gehen Tempomat habe ich reingemacht dann wollen wir mal gucken dass wir hier ein bisschen fahren so sehr cool das sieht richtig toll aus das sieht wirklich richtig toll aus der kriegen wir hin so wir haben jetzt 120 kilometer gleich ich danke euch schon mal fürs zusehen danke dass ihr dabei wart wenn es euch gefallen hat gerne liken gerne abonnieren ich möchte die folge nicht zu lang machen damit ich dann auch nicht zu wenig in der nächsten folge habe ungefähr ein bisschen ausgleichen von daher bis dahin servus und tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.